Ja, hier ist Pixi Hartmann. Wer bist du? Ich rufe Sie vom Finanzmarkt. Sie haben bei uns registriert, deshalb ich rufe Ihnen. Ja, genau, genau. Schön, dass Sie so schnell zurückrufen. Das freut mich sehr. Nein, ich habe Ihnen kurz weiter genau angerufen, aber Sie haben nicht geantwortet. Ja, es gibt Menschen in diesem Land, die arbeiten. Ja, genau. Und ich habe Ihnen probiert, ja, schon zwei Tage anrufen. Ja. Okay, Herr Hartmann. Jetzt, ich rufe Ihnen zu helfen, einfach Ihre Konto zu aktivieren. Bitte sagen Sie, haben Sie Interesse im Finanzmarkt? Haben Sie Interesse in Bitcoin? Natürlich, ja. Bitcoin finde ich sehr interessant, was da so passiert mit den Kursen und allem. Genau. Bitte sagen Sie am Anfang, haben Sie Erfahrung oder es ist Ihr erstes Mal? Das ist mein erstes Mal, weil man das bei meinem Namen nicht denken mag, aber ich habe noch keine Erfahrung damit. Noch keine Erfahrung. Okay. Sie sind richtig verbunden, ja, weil unsere Handelsplattform ist speziell für die Anfänger und Sie bekommen auch einen kostenlosen Finanzexpert. Diese Person wird Ihnen alle technischen Sachen erklären, ja. Zum Beispiel, wie Sie können Bitcoin kaufen, dann verkaufen, ja. Und Sie verkaufen? Ach, der Markt ist, genau. Sie können Bitcoin kaufen, dann verkaufen, ja. Sie werden Profit bekommen. Aha, hören Sie meine Stimme? Ja, ich kann Sie hören. Sie sprechen nur so schnell, dass ich überhaupt nichts verstehe. Ah, okay, okay. Ich werde langsam sprechen, ja. Dankeschön, Dankeschön. Okay. Kommen Sie von Schweiz oder von Deutschland? Kommen Sie von Israel, aber ich wohne in Deutschland. Achso, Sie sind von Israel. Ja. Aber Ihre Nachname ist Wadoche Hartmann, ja. Ja, natürlich. Okay. Herr Hartmann, ja. Geldbaum Hartmann, Silberschenkel, alles gute Namen. Ja, genau, genau. Ja. Herr Hartmann, aha, okay. Nach der Aktivierung werden wir Ihnen schicken Zugangsdaten von Ihrem Handelskonto, ja. Ja. Mit Login und Passwort. Sie werden einloggen und Ihr Geld auf Ihrem Konto sehen, ja. Geld? Das ist gut. Genau. Investierung, ja, aber verstehen Sie, ja, dass Sie brauchen zuerst investieren, damit Sie können Ihr Konto aktivieren, ja. Ja. Wie viel kostet es, bei Sie einzuzahlen? Minimale Betrag ist 250 Euro. Ja. 250 Euro. Dann 400 Euro und 1000 Euro. Sie werden selbst entscheiden, mit welchem Betrag müssen Sie anfangen. Mit Siegenhaden? Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen, Herr Hartmann? Ja. Mit 250 Euro? Nein. Dann mit welchem? Ja, ich möchte das gerne machen. Mit welchem Betrag möchten Sie? Na, mit Ihnen möchte ich den Vertrag machen. Nur mit Ihnen. Ja, aber mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Na, wie viel kann man verdienen? Sie können zum Beispiel pro Woche, ja, oder monatlich, Sie werden mit 250 Euro natürlich nicht so viel Geld, ja. Das hängt von Situationen im Finanzmarkt, in der Wirtschaft. Zum Beispiel, ja. Jetzt momentan jeden Tag der Preis von Bitcoin steigt und Sie werden mehr Profit bekommen, ja. Aber überhaupt, es hängt Situationen im Wirtschaft, ja, im Finanzmarkt. Die Wirtschaft hängt, ja, das habe ich mitbekommen. Es wird alles immer teurer. Wie bitte? Alles wird immer teurer. Mit Euro, ja, genau. Ja, immer teurer wird. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, Bitcoin ist heute Nacht sehr gesunken. Warum sagen Sie, es steigt? Nein, jetzt können Sie schauen, im Google, es steigt. Ja, aber ist hier runtergegangen heute Nacht? Vier Prozent ist runtergegangen. Ja, aber Sie können schauen, dass jederzeit überhaupt es steigt, ja. Und Ihre Profit wird auch mehr sein. Zum Beispiel, jetzt Bitcoin kostet, ein Bitcoin kostet, ja, 26.000, ja, circa 26.000. Ja. Aber, na, na, vor einem Monat, das war 20.000. Jetzt ist es gerade 28.900 und vor einem Monat war 27.900. Nein, momentan der Preis von Bitcoin ist circa 26.000. Das ist gar nicht wahr. Ich habe das gerade hier offen. Live-Chat. Ja, hier ist es auch, habe ich gehört. Ja, hier ist es auch, dass du mich nicht hören kannst. Ah, genau. Ach so, das ist der Plan. Ja, Sie können sehen, minus vier Prozent, ja, das war einfach im Laufe 24 Stunden, ja, aber überhaupt, Sie können Statistik anschauen, ja, Sie können Statistik anschauen, ja, Sie können Statistik anschauen und dürfen, dass der Preis von Bitcoin, ja, steigt überhaupt. Und Sie können auch auf andere Kryptowährungen investieren lassen, nicht nur ein Bitcoin, Sie können auch auf Ethereum Ihre Investierung lassen, ja. Was ist das? Ja, weil Sie können schauen, Ethereum ist eine andere Kryptowährung, es ist auch sehr berühmt, ja. Berühmt? Warum kenne ich das denn nicht? Ja, Sie können jetzt in Google recherchieren gleich, ja. Schreiben Sie bitte Ethereum. Wie schreibt man das? Warte, ich muss kurz Dr. Google aufmachen. Kannst du einmal bestellieren? Genau. E als Elke. Elche. E als Elke. Ja. Ich stabeiere. Wie viele? E als Theodor. Hallo. Hallo, ja. Ja, Sie sprechen sehr weilsam. Ich werde langsam sprechen, ja. Gut. Herr Hartmann, sehen Sie da? Ja, ich höre Sie zu. Gut. Okay, schreiben Sie Ethereum, ja. Ja, ich versuche, aber Sie nicht buchstabieren. Ja, ich habe bestabiert. E als Ethereum. Ja. T als Theodor. Theodor. H als House. House. E als Elke. Elke, schon wieder eine Elke. Genau. Er als Richard. Wer ist das? Ich weiß nicht, wer ist Richard. Einfach, ich buchstabiere Ihren. Ach so, Sie versuchen zu buchstabieren. Ja. Ach so. Ich dachte, Sie sagen mir, wie heißen Ihre Kollegen. Meine Kollegen? Toff. Ja. Ich habe viele Kollegen. Welche Kollegen möchten Sie? Nein, mit gar niemandem. Aber ich dachte, Sie mir erzählen. Was muss ich Ihnen erzählen? Meerschweinchen. Okay. Jetzt sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethode haben Sie? Bitte hören Sie mehr zu. Ja. Schallen Sie bitte, welche Zahlungsmethode haben Sie zu? Haben Sie zu der Aktivierung? Bitcoin? Haben Sie eine Kreditkarte, Visa oder Masterkarte? Ich wollte Bitcoin kaufen, keine Kreditkarte. Genau. Sie werden mit Bitcoin mit Kreditkarte bezahlen, ja? Ach so? Wirklich? Genau. Genau, genau, genau. Ja, und was kostet das? Dann, wie überhaupt, wo stellen Sie, wie können Sie Bitcoin kaufen? Wie Sie werden bezahlen? Das weiß ich doch nicht. Kreditkarte, ja, Kreditkarte. Das ist Visa oder Masterkarte. Dort gibt es eine 16-stellige Nummer. Überhaupt, wenn Sie etwas online kaufen, Sie bezahlen mit Kreditkarte oder mit Online-Banking oder mit Girokarte, ja? Ja, in Deutschland, man benutzt diese Einzahlungsmethode. Ja, das weiß ich, aber Bitcoin will ich kaufen, nicht Kreditkarte. Genau, aber mit Bitcoin. Sie brauchen bezahlen, ja? Ja. Weil Sie kaufen es. Ja. Deshalb, Sie brauchen eine Zahlungsmethode für Bezahlung. Ja, Ziegenhaare aus Kasachstan. Welche Zahlungsmethode haben Sie? Äh, Sparkasse. Benutzen Sie Sparkasse? Ja. Das ist eine Girokarte, ja? Nein, das ist keine Katze, das ist ein Bankkonto. Was ist das für eine Frage? Genau, Bankkonto. Haben Sie auch Online-Banking mit Sparkasse? Ja, haben Sie Online-Banking von Sparkasse? Äh, ja, natürlich. Zu überweisen machen. Ich benutze das sehr gerne. Okay, ich werde Ihnen einfach Aktivierungslink schicken, ja? Sie können mit Aktivierungslink alles gleich machen, ja? Was ist das denn? Äh, kann ich Ihnen fragen, warum haben Sie registriert mit Telefonnummer von Ihren Nachbarn? Wenn mein Telefon ist kaputt. Ihre Telefon ist kaputt? Ja. iPhone, Apple braucht drei Wochen zu reparieren, wenn Sie ein Ersatzteil nicht kriegen aus Wuhan. Ah, welcher iPhone war das? iPhone 11. Display ist kaputt gegangen. Ach so, ach so, okay, habe ich verstanden. Aber ist Ihre Nachbarn immer dabei? Ja, mein Nachbar wohnt hier nebendran, darum heißt das ja Nachbar. Ah, okay. Aber sind Sie immer zu Hause? Nein, ich muss ja auch mal arbeiten. Genau, okay. Oft arbeiten. Also meine Frau ist öfter zu Hause, die heißt Paxi und meine Schwiegermütter, die heißt Lexi. Wir heißen Paxi Lexi und Fixi Hartmann. Das ist meine Familie. Ah, Ihre Familie, okay, super. Ja, jetzt bitte sagen Sie, haben Sie Computer dabei? Was habe ich dabei? Computer. Ein Computer kann man nicht dabei haben, da kann man einen Laptop dabei haben. Ja, zum Beispiel, Sie können zu Hause sein und Ihre Computer kann dabei sein. Oder es ist ein Notebook, Ihre Notebook kann dabei sein. Das ist ein Notfall? Notebook. Ja, Laptop. Ich habe Schlepptop. Ich sage immer Schlepptop, weil es ist sehr schwer. Haben Sie Laptop dabei? Nein, nicht dabei. Dabei heißt, wenn man etwas da trägt in einem Rucksack oder einer Tasche, der steht hier vor mir auf dem Tisch. Welche Geräte haben Sie dabei? Ja. Haben Sie ein Handy? Nein. Mit wem können wir alles machen? Wie können Sie Bitcoin kaufen? Ich habe doch gerade gesagt, ist mein iPhone kaputt. Jetzt fragst du mich, ob ich ein Handy habe. Ja, aber Sie können mit Handy von Ihrem Nachbarn machen. Nein, da sind ja deine Tittenbilder drauf, die will ich ja nicht sehen. Haben Sie ein Handy? Jetzt welcher Geräte? Computer. Immer noch. Computer. Okay. Jetzt gehen Sie zum Computer. Wer ist dieser Mann, der hinten schreit? Das stört mich. Das ist mein Kollege, ja? Der soll nicht so schreien. Sag dem das. Hallo? Ja, sag ihm, wer soll nicht so schreien? Das ist doch hier nicht Ziegenfarm. Wir wollen ein vieriges Business machen. Okay, jetzt werde ich sagen, bitte schreien Sie nicht, okay? Ich habe gesagt. Ja. Er hat gesagt, Entschuldigung. Das ist sehr nett, vielen Dank. Ja, der Rücken muss rollen. Was ist das, ein Disco bei Ihnen? Können Sie die Musik bitte ausmachen? So kann man doch keinen Handel machen. Musik und schreiende Menschen. Musik ist für Sie, dass Sie diese Person... Ist türkische Bazar, oder was? Sie hören von Ihrer Person. Türkische Bazar? Ja, alle Menschen schreien, laute Musik, wie türkische Bazar. Waren Sie in Türkei? Ja, Izmir und Istanbul. Istanbul, okay. Sprechen Sie auch türkisch? Ja, nur Merhaba, mehr habe ich nie gelernt. Merhaba, okay. Ja. Wie kommen Sie aus Türkei? Nein, ich komme nicht aus Türkei, ja? Ich lebe in Deutschland. Ja, aber wenn Sie so fragen, hört sich an, können Sie türkisch sprechen? Weil Sie haben gesagt, dass es ist wie türkische Bazar und ich habe gesagt, dass Sie sind von Türkei. Zum Beispiel, ich war nicht in Türkei und ich weiß es nicht, wie ist türkische Bazar. Laut und voll. Also. Haben Sie etwas gekauft von türkischer Bazar? Ja, Springmesser und ein Adidas-T-Shirt. Was Sie vielleicht kennen, gibt es bei YouTube, gibt es einen, der hat so einen Kanal, der geht auf der ganzen Welt, auf diese Bazar, wo die so fake Klamotten verkaufen. Dann wollen die für so Schuh 300 Euro und er kauft dann für 20 Euro. Und er macht fetten Handen mit denen, so richtig, richtig Big Bazar, wie Lord of the Wild sagen würde. Ich komme jetzt gerade, warte, ich muss gerade mal nach dem Namen gucken, weil der Kanal ist wirklich sehr empfehlenswert. Habt ihr es dann, Herr Hartmann, ja? Ja, warte doch mal. Okay, machen wir so, ja? Jetzt können Sie zum Computer gehen oder nicht? Ja, natürlich, der ist offen. Der ist offen? Ja, linke Seite oder rechte Seite? Welche soll ich aufmachen? Sagen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse, ja? Ja, einen Moment. Ich mache auf, ist bei meinem Computer ein anderes als bei kaputtem Telefon. Meine E-Mail-Adresse ist, kannst du aufschreiben? Ja, sagen Sie bitte, ich habe jetzt gleich... Dein Goldstern 1971 at gmail.com Okay, dann wem gehört E-Mail-Adresse hartmann-junko-40-at-web.de? Das ist das E-Mail-Adresse, was habe ich auf meinem iPhone? Das ist kaputt gegangen. Drittes Mal jetzt erzählen. Nein, drittes Mal, Sie brauchen nicht erzählen, ja? Mit dieser gleichen Nummer, benutzen Sie WhatsApp. Hat Ihre Nachbarn WhatsApp? Warte mal. Er sagt nein. Ah, okay. Wir benutzen nur Telegram, weil das ist sicher, ja? Hat Mossad gesagt. Okay, jetzt bitte sagen Sie, ja, pushabieren Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihre richtige E-Mail-Adresse. Oh ja, warte, jetzt wird es interessant. Ich mache das nochmal auf. Ich mache das jetzt mal. Ich brauche jetzt Ihnen etwas schicken, ja? Damit Sie können Ihre Kontakte aktivieren. Dackel. Nochmal bitte. Dackel. Erdferkel. Igel. Werkel? Ja. Nacktschnecke. Nacktschnecke, Goldspecht, Otter, Leguan, Dingo, Strauss, ein Türke, Eber, Ratte und noch einmal Nacktschnecken. 1971.regime.com Okay. Jetzt dürfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe Ihnen einen Aktivierungsschnecke geschickt, ja? Sie können alles aktivieren und wenn Sie werden Ihre Konto aktivieren, ja, Sie werden einen Anruf von Finanzmarkt bekommen und Sie können schon weiter mit Finanzexpert weitermachen, okay? Das ist klasse, aber Sie können mir bestimmt helfen, weil ich verstehe das ja alles gar nicht. Leider, ich kann nicht am Telefon schreiben, aber ich werde Ihnen vielleicht alles schriftlich schicken, ja? Ne, das hilft mir ja nicht, ich möchte mit einer Frau sprechen. Weil morgen ist Freitag, am Schabbat darf ich nicht mit fremden Frauen sprechen. Wir müssen das heute machen. Okay, Sie können mit Ihrer Frau sprechen, ja? Aber meine Frau arbeitet nicht bei Finanzmarkt. Paxi erkannt das nicht und Lexi auch nicht. Ah, okay. Wenn Sie werden Ihre Konto aktivieren, wird Ihnen eine Frau anrufen und Sie können sprechen, okay? Maseltoff, da soll ein Mann anrufen. Ich komme doch direkt in die Hölle. Nein, da wird Ihnen eine Frau anrufen, ja? Nein, da soll mich ein Mann anrufen. So wie heute. Sie sind ja auch ein Mann. Ich kann nur mit einem Mann sprechen. Sie brauchen mit meinem Mann. Sie wollen mit meinem Mann sprechen? Nein, mit Ihnen. Sie sind auch ein Mann, oder nicht? Genau, ich habe gestern. Nein, offensichtlich nicht. Ich kann sonst auch mit dem Besen sprechen. Dann passt das vielleicht vom Intelligenzniveau her besser. Gib mir mal den Typen, der immer so schreit hinter dir. Ich will mit ihm reden. Okay, schauen Sie mal. Ich habe Ihnen alles per E-Mail geschickt. Bitte öffnen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Machen Sie Appellierung. Und schreiben Sie uns eine Antwort zurück. Da alles läuft, okay? Du hast überhaupt nichts verstanden, was ich gesagt habe. Super. Ich bedanke mich sehr, Herr Haßmann. Öffnen Sie Ihre E-Mail-Adresse und machen Sie alles. Und schicken Sie zurück eine Antwort per E-Mail-Adresse. Was soll ich denn schreiben? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auch viel Glück und herzlichen Willkommen. Hallo. Was soll ich schreiben? Alter ist die dumm, die Alter.